Was sind die fünf Dinge, die Strickanfänger in der Regel nicht tun? Das verrate ich euch heute hier in diesem Video. Fröhliches Fummelen, ihr Lieben. Ich bin Caro von Caros Fummelei. Ich bin Handarbeitsbloggerin. Ich betreibe seit Jahren einen Blog, auf dem ich Anleitungen teile zum Häkeln und Stricken, aber auch Berichte über Events und Bloggertreffen und Neuheiten in der Handarbeitsbranche. Und heute möchte ich euch mal verraten, welche fünf Dinge Strickanfänger meistens nicht tun und weswegen ihre Ergebnisse, ihre Projekte dann meistens eben nicht so hochwertig aussehen wie die von jemandem, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Also, falls ihr wissen wollt, was ihr tun müsst, damit eure Projekte noch besser werden, bleibt dran und schaut zu. An Punkt 1, nicht besonders überraschend, steht die Maschenprobe. Ein Anfänger macht in der Regel keine Maschenprobe. Der hat keinen Bock da drauf. Der denkt, das ist überflüssig. Er muss das nicht machen. Er nimmt irgendeinen Garn, fängt an zu stricken und wundert sich am Ende, warum das Teil nicht passt, was er da gestrickt hat. Eine Maschenprobe ist aber super wichtig, damit die Teile nachher am Ende auch passen. Das kann sonst nicht funktionieren. Es macht ja einen Unterschied, ob ich ein ganz dünnes Garn oder ein sehr dickes Garn verwende oder irgendwas dazwischen. Außerdem strickt jeder von uns ein bisschen anders, also fester, lockerer und es ist auch manchmal ein bisschen tages-jahres-formabhängig. Man muss also auf jeden Fall eine Maschenprobe machen, damit das am Ende funktioniert. Und da kommen wir auch gleich zu Punkt 2, was Anfänger meistens nicht machen. Wenn sie schon eine Maschenprobe machen, dann machen sie meistens eine ganz kleine Maschenprobe und versuchen das dann da irgendwie abzuzählen oder fangen nur so an zu stricken und versuchen das dann abzuzählen und auf gar keinen Fall waschen und spannen sie ihre Maschenprobe. Das ist auch ein Riesenfehler. Wenn ich schon eine Maschenprobe mache, dann muss ich die auf jeden Fall auch waschen und auf jeden Fall so trocknen, wie ich mein fertiges Teil trockne. Also wenn ich ein Tuch stricke, was ich am Ende spannen will, weil es ein schönes Lace-Muster hat, dann muss ich auch die Maschenprobe aus diesem Muster schön spannen. Oder wenn ich einen dicken Pullover stricken will, aus einfach glatt rechts gestrickt, mit schöner dicker Wolle, dann muss ich trotzdem eine Maschenprobe machen und muss die waschen und muss die nicht spannen. Das mache ich ja nachher später mit dem Pulli auch nicht. Also lege ich das einfach hin und lasse es trocknen und muss ein bisschen Geduld aufbringen, bis das Ding getrocknet ist. Wenn ihr euch zu diesen ersten beiden Punkten noch mehr informieren wollt, dann schaut mal einmal hier oben rein. Ich habe mit Lisa von LaLily Herzelein eine Videoserie gemacht und da schon mal ein Video zu Maschenproben gemacht. Und da erkläre ich euch ein bisschen detaillierter, worauf ihr achten könnt, damit ihr eine Maschenprobe wirklich richtig macht und damit das nachhaltig wird. Außerdem könnt ihr mal in die Videobeschreibung gucken. Da verlinke ich euch noch einen Videokurs von Marisa von Maschenfein. Die hat einen wirklich sehr ausführlichen und coolen Videokurs gemacht zu Maschenproben. Das könnt ihr euch auch angucken, wenn ihr noch Anfänger seid oder mit Maschenproben noch nicht so sicher seid. Das ist wirklich empfehlenswert. Den habe ich mir vor Jahren mal angeguckt und der ist echt gut. Nummer drei der Punkte, die Strickanfänger meistens noch nicht können, Work in Progress akzeptieren. Das heißt, ich habe was angefangen, das gefällt mir nicht so richtig oder ich habe gerade irgendwie gar keinen Bock mehr darauf, das zu stricken. Ich brauche ein anderes Projekt, dann mache ich halt ein anderes Projekt. Hey, das ist mein Hobby. Ich habe Bock darauf, ich will da ein bisschen abschalten. Dann habe ich eigentlich keine Lust, irgendwas zu stricken, worauf ich gerade keine Lust habe. Also es ist vollkommen okay, wenn man mehrere angefangene Projekte hat und es ist auch vollkommen okay, wenn man irgendwann entscheidet, hey, das gefällt mir nicht mehr, das trenne ich jetzt wieder auf, ich mache was anderes aus dem Garn. Das ist in Ordnung, man muss deswegen kein schlechtes Gewissen haben und es ist auch vollkommen okay, wenn man nicht nur ein aktives Strickprojekt hat. Es geht im Endeffekt ja immer noch darum, dass man Spaß daran hat, dass man abschalten kann. Es ist ein Hobby und es soll nicht stressen und deswegen kann ich euch nur empfehlen, ja, wenn irgendwie gerade der Wurm drin ist, wenn es irgendwie gerade nicht gut weitergeht, notiert euch, an welcher Stelle ihr wart, notiert euch in der Anleitung, was ihr gerade als letztes gemacht habt, in welcher Reihe ihr wart oder an welcher Stelle und dann strickt zwischendurch irgendwas anderes oder häkelt irgendwas Kleines, was schnell geht, was schön ist, damit man ein kleines Erfolgserlebnis hat, falls ihr gerade bei einem Großprojekt irgendwie so in Stocken geraten seid und das nicht mehr so richtig Spaß macht. Der vierte Punkt, was Anfängern meistens fehlt, ist das Wissen über das richtige Garn. Es ist super wichtig, dass ihr, wenn ihr Anfänger seid, versucht euch ein bisschen Wissen darüber anzueignen, welches Garn für welches Projekt gut ist und was Sinn macht. Sonst passiert es euch nämlich auch am Ende, dass ihr irgendwelche Jacken habt, die ihr nicht tragt, weil es euch nicht gefällt oder weil es einfach überhaupt nicht funktioniert, weil es verwaschen ist oder weil das Material einfach überhaupt nicht den Effekt hat, den ihr gerne wolltet. Wenn ihr euch zu Garn mal informieren wollt, dann schaut euch Lisas Video hier an. Da hat sie ganz eindrücklich erklärt, wie Garne gesponnen werden, wie das alles funktioniert, wie sich verschiedene Materialien auswirken. Es geht eigentlich um Nähgarne, aber es ist auch für Strickerinnen super interessant. Schaut es euch auf jeden Fall mal an, wenn ihr da noch gar keine Erfahrung habt. Ansonsten verlinke ich euch hier unten auch mal noch ein Buch, in dem ihr ein bisschen nachlesen könnt, in dem es auch um Fasern und Garne geht. Das geht meistens alles so ein bisschen adressiert an die Spinnerinnen, die sich selber Garn spinnen wollen. Aber es ist auch für Strickerinnen super spannend, wenn sie wissen, was ist eigentlich Merinogarn, was ist ein Baumwollgarn, welche Eigenschaften haben diese Garne, welche Eigenschaften haben verschiedene Zwirnungen und so weiter. Da könnt ihr auf jeden Fall viel mehr aus euren Projekten rausholen, wenn ihr ein bisschen Ahnung davon habt, welche Fasern wie funktionieren und welche Wirkung haben. Und Nummer 5 der Dinge, die Strickanfänger normalerweise nicht tun, sie verwenden normalerweise keine hochwertigen Zubehörs und Materialien. Also, als Anfänger rennt man meistens zu irgendeinem Discounter und kauft sich da Wolle und Nadeln in Kombi in irgendeiner nicht besonders tollen Qualität und strickt damit los. Ist auch okay, das ist erstmal günstig und zum Üben ist es auch vollkommen in Ordnung. Aber es gibt halt deutliche Qualitätsunterschiede, schon allein bei sowas wie Sockengarn, ob ich das halt super billig kaufe in irgendeiner mega billig Qualität, die dann halt kratzt oder ob ich mir echt was Gutes gönne. Und vor allem bei Nadeln macht das auch einen Unterschied. Ob ich diese ganz billigen Plastiknadeln verwende oder ob ich vernünftige, hochwertige nehme, die Spaß machen, wo man Freude dran hat, damit zu stricken. Das ist aber auch erstmal so ein bisschen so ein Verlauf, ich sag immer so ein, ja, Stricknadel-Lebenslauf, den man selbst durchmachen muss, um eben das zu finden, was für einen wirklich am allerbesten ist. Deshalb, wenn ihr Anfänger seid, kann ich euch nur empfehlen, probiert mal andere Materialien aus. Ich hab hier auch schon mal ein Video gemacht zu Nadelmaterialien, könnt ihr euch da auch angucken und euch ein bisschen informieren. Das ist aber alles ein Prozess, also man lernt dazu. All diese Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, sind jetzt nicht super dramatisch, aber wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt und da ein bisschen reinarbeitet, dann kann man seine Projekte schnell von einem absoluten Anfängerstatus zumindest auf gehobenes Mittelmaß heben, denke ich. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Inspiration beglauben und euch hat das Video Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben hier und abonniert meinen Kanal, damit ihr weitere Videos und Anleitungen und Tutorials und sowas wie hier heute nicht verpasst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren der Tipps, die ich euch gegeben habe und beim Nachfummeln und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.